auch hier schon eine gute zogelkosten die gehen eigentlich noch aber hier gebäude kosten das ist wieder heftig das zieht sich hin ja und ich weiß ich kann das beschleunigen hier ich würde das auch gerne beschleunigen aber so ein bisschen ich weiß nicht ob das eine gute idee wäre im hinblick der nahrungssituation auf der anderen seite viel machen kann ich auch wiederum nicht nur abwarten was riesig denn daraus war auch irgendwie das soll das lava sein ich weiß es nicht was wir aus oder wir wahrscheinlich man kann auch dafür klar war irgendwo runter deswegen so da wird hochstein geliefert das heißt der sockel ist gleich fertig dann heißt es däumchen drücken wie es dann mit dem rest weitergehen wird gut der sockel ist fertig holz dreimal planke dreimal stein quader die segemühle hat aktuell genügend rohstoff eine planke das heißt in den golf könnte ich eigentlich entlassen und dann dafür vielleicht eben der bäckerei hier zu führen noch ich mal hier sterben schon leute das so gott 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 das ist nicht gut ist gar nicht gut verdammt 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 ja ich hatte mich im blick dass die küche zwei also wenigstens zwei sagen wir auch vor allem immer brot braucht was zu machen ich hatte irgendwie ach du arzt dich also der farmer ist auch noch gestorben ja das ist ja ganz toll um die zu das ding völlig wird Ich hatte gar nicht gehofft, die machen so was, da stirbt der nächste, oh Gott, das sieht gar nicht gut aus, wer ist jetzt gestorben, der Werkzeugmacher, sieht nicht so aus. Die Produktion, soweit ich das überblicken kann, scheinen noch alle da zu sein. Das Problem ist natürlich, wenn die nicht so hungrig sind, dass die dann schon nicht mehr mehr ihrer Arbeit nachgehen können, dann ist es schlecht und wenn die so hungrig sind, dass die dann auch noch sterben, dann ist es noch schlechter und der arbeitet wahrscheinlich nicht, weil er hungrig ist oder so. Wahrscheinlich mangelt es dann auch wieder an Rohstoffen oder so. Naja, ich meine immerhin, es ist ja, Mehl ist ja schon mal vorhanden. Die Frage ist halt, wie sieht es mit den anderen Rohstoffen aus? Die Sägemühle arbeitet nicht, obwohl halt Material vorhanden ist, aber der ist halt hungrig. Steinmetz hat nichts mehr auf Lager und arbeitet auch nicht, wegen Hunger. Und wenn die Fischer dann auch noch ihre Tätigkeit einstellen sollten, dann ist es ganz aus. Von den beiden Fischern ist irgendwie einer im Augenblick oder eine, je nachdem gerade dabei. Das ist natürlich ein bisschen sehr knapp. Gar nicht, die sind immer noch beide Fischer dabei. Das ist heftig. Okay, die Sägemühle nimmt die Arbeit wieder auf. Aber der Steinmetz nicht. Oha, 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 oha. Ja, will essen. Ich finde so schau nicht nix. Säge! Dramatisch! Ob. Dramatisch! Oder auch! z jetzt habe ich nicht den waldweg der weg zu weit wäre jetzt der hammer gewesen nur weil ich es da die ideen ja gut ich hatte jetzt auch noch nichts war ja nichts da in der reserve und was hat doch der ein oder andere sich da was geschnappt das ist mit dem kollegen hat ja immer noch nichts kein fisch vorrätig dafür jede menge hungrige leute die anderen brauchen natürlich auch nahrung wenn die ihren eigenen fisch essen dann bleibt für die anderen nichts übrig das ist nun mal so jetzt quasi im ohrblick an den stein messen damit er jetzt gleich verhungert nicht problem ich glaube der werkzeugmacher dann doch er hat was gemacht die sicher ist fertig okay ich gebe schon mal vorsichtshalbermann so ein stein oder so ein stein haben einen auftrag man weiß ja nie da kommt fisch glaube ich ja ja wenn der wenn der ja wenn der gute die heiße hier oder so ähnlich sich da mal auf den weg machen würde und sich da jetzt den fisch holt oder so aber irgendwie kriegt das auch nicht gebacken er war das jetzt bianne holzfäller ok ja super da ist der meister wieder moment ist da jetzt gerade fisch angekommen war das noch jemand vor ihm da ist auch fisch na gut er hat jetzt ein bisschen dabei ist noch nicht so gesättigt dass man sagen könnte ok er kann wieder da ist kein fisch da wird aber glaube ich gerade fisch geliefert ja komm kollege da ist was holt ja bevor jemand anders als sich weg holt der vielleicht auch wichtig ist aber so ich meine wichtig sind die alle aber es wäre gut wenn du mal wieder mit der arbeit anfangen würdest was ist der stein treiben jetzt der das nicht der moment und war der von stein hoch da muss gut und schauen wir mal das ist der richtige oder 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 wie viel brauchen wir denn 3 dafür reichen wird vor allen dingen wie ich gerade sehe der hat auch keinen bruchstein mehr als rohstoff aber ja ja doch entsprechendes material ist da jetzt geht er wieder los wahrscheinlich war doch 100 oder ne da würde er hier diese anzeige auftauchen er holt sich rohstoffe ab und ja ich würde jetzt hier weiter im träger investieren aber ich habe angst dass dann noch mehr leute eingestarrt sind und sozusagen hier aus dem himmel gestürzt kommen und die noch mehr hunger haben und so weiter und so fort das ist ein bisschen meine sorge das ist eine rumhampel jetzt hier man 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 immerhin wir sind auf zwei runter kollege wieder hunger das heißt da wird es wieder nicht gearbeitet ok allz zu kein fisch nd in würde ich das ist bevor ich das projet machen soll vor allem uh vor der küche machen soll dann hätte ich das nötige kaum material wahrscheinlich gehabt und da braucht ja dann auch noch zeit bis das hier nämlich mit mit dem backen und so geht ja auch nicht von gleich und von jetzt auf gleich das noch was wird so meine bedenken oi 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 weiß die idee kommt jetzt reichlich spät aber naja nicht hier ein fahrt lang was muss ja nicht mehr so die ganz große tour machen das sieht also sie so gut aus hätte erst die farm die mühle und die bäckerei bauen soll und dann die küche in auftrag geben das wäre sinnvoller gewesen ja das ist dumm wenn man sich die sache nicht merkt weil wie gesagt ich habe jetzt wirklich glaubt dass da so dass der auch sachen sowas wie bratfisch quasi machen kann was dann auch ein bisschen mehr bringt an 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 nahrung und habe nicht mehr so im hinterkopf gehabt dass der auf jeden fall auch brot benötigt und sich dann sonst halt nix tut in der richtung hier sieht jetzt im augenblick nicht so ganz so schlimm aus was jetzt mit dem kollegen hier mühlichkeit ist weg hunger soweit ich das sehen kann ist auch nicht mehr gegeben im augenblick geht es ihm einigermaßen also hunger ist oder sagen wir der hunger ist so weit dass er befindet sich in dem rahmen dass er damit noch klarkommt die leute haben kohldampf und das richtig sehe und zwar ist es halt so ernst dass die irgendwie nicht 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 arbeiten können okay ja was hier also jetzt mit allen waren wer ist soweit fertig immer noch zwei weil ich ehrlich 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 ja das war wieder so das war wieder mal eigene dumme hat das nicht hingekriegt zu haben oder wie rein folge falsch gezaubert zu haben so was soll das hier noch genügend holz juhu wir sind immerhin auf einen stein quader runter er hat immerhin hier schon mal die entsprechende ressource vorliegen es ist nur wie sieht es mit ihm selber aus er hat natürlich wieder kohldampf und da stirbt der nächste es war mal wieder der farmer das ist nicht gut ich habe hier schon oh gott alles sehe ich habe viel zu viele leute verloren glaube ich ich glaube ja er nimmt die arbeit auf der letzte stein quader den wir benötigen um die bäckerei in angriff nehmen zu können so leute baut die bäckerei fertig so leute baut die bäckerei fertig bitte 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 der quader ist fertig seht zu da kommt die lieferung ja und jetzt geht das daumchen drücken trotzdem weiter weil nur die zeit muss ja reichen für den bäcker sollte ich erst mal zwei träger spendiert egal weil ich brauche mir und holz die säge die brauchen wir jetzt erstmal nicht die schalte aus damit die kein holz verbrät bauaufträge habe ich im augenblick keine keine weiteren oder sie dazu dass das jetzt hier mit mir ist schon mal da gut und immer zu dass ich mit dem brot vorangeht so ok der schornstein raucht und war machen wir auch ja jetzt aber wir haben immer noch keine sichel sehe ich gerade ja aber keine sichel jetzt kommt es drauf an das erste brot ist fertig leute da gibt es zwei brote ihr euch abholen könnt ja das natürlich ist die frage wir werden wir es schaffen haben wir das hier wenn auch mit sehr viel problemen bauchschmerzen hin und hasse nicht gesehen gehampel haben wir das hier doch noch hingekriegt dass wir die leute jetzt hier mit nahrung versorgt bekommen und konnten wir so zu sagen dass das das unglück des des hungertodes des hungertodes abwenden konnten das wäre das wäre sehr schön das würde mich sehr freuen ja dieses und weiteres werden wir dann in der nächsten runde der nächsten aufnahme fashion erleben und ja da werden wir dann sehen wie es dann hier auch weitergehen wird mit der siedlung ob es da weitergehen wird und so weiter und so fort bis dahin wünsche ich euch wie immer alles 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 gute ja dass wir da so ein bisschen der kragen geplatzt ist sorry dafür auf der einen seite auf der anderen seite das hat mich maßlos geärgert und wirklich maßlos geärgert ich glaube man hat so ein bisschen mitbekommen wenn es vielleicht auch nicht jeder nachvollziehen kann und sagt irgendwie überträgt er sich darauf nur so einfach eine neue karte machen gut ist naja ich habe meinen teil dazu gesagt also bei solz erstmal bleiben und so und wir sehen hier ja die probleme die ihr hauptsächlich bestehen die sind immer noch ausgemacht ja also marken anders und das sind ganz andere geschichten als jetzt irgendwelche karten die nicht funktionieren naja egal wir werden wie gesagt in der nächsten runde in der nächsten aufnahme session erleben wie es hier mit dieser siedlung weitergeht bis dahin alles alles gute und genießt den tag